So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Limbo. Ja, alles klar. So, warte mal. Ich mach mal jetzt einfach weiter. So, schnell und zackig. Nicht groß labern. Let's go. Oh nein, oh, ich weiß, welche Stelle das ist. Oh komm, leck mich doch. Ich weiß, welche Stelle das ist. Nein. Ich hasse es. Okay. Let's go. Scheiße. Nein, 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 Junge. Nein. Toll. Super. Fängt klasse an. Ja, warte mir Scheiße. Ich will das nicht. Drück das Knöp... Toll. Ich hasse es. Ich hab das jetzt noch nicht mal wirklich gesehen. Warte mal. Wo ist... Wo ist... Wo ist... Hä? Lol. Ich muss mich an irgendeinem Seil festhalten, aber hat nicht geklappt. Warte. Ich hab... Wupp. Ich hab mich übrigens letztes Mal... Toll. Ich hab mich übrigens letztes Mal... muss ich übrigens sagen noch mal... äh, total darüber aufgeregt, dass das mit dem Dreh nicht ging. Ja, ich war zu blöd, das zu checken und... und ich wusste jetzt nicht, ob ich das noch mit ins Video reinschneide, weil am Ende hab ich's gecheckt beim Schneiden. Ja, ich muss davor sein und dann auf Steuerung drücken. Ich war blöd. Manchmal ist man einfach blöd. Ja, manchmal... muss man auch einfach mal... Nein. Kacke bauen. Toll. Neues Problem. Ich... Warte. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Noch kein Grund zum Aufrecken. Wir sind noch ganz am Anfang... Wir haben... Oh, komm, komm. Junge. Äh... Je... Also... Komm. Doch, doch... Nicht aufregen. Ruhig, 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 ruhig. Es ist spät in der Nacht. Es ist 0 Uhr. Leute schlafen. Was? Ich war in der Luft. Ich war noch weg. Ich bin in der Luft. Ich will am Ende eine Zeitlupe, ja. Ich will am Ende eine Zeitlupe, die beweisst. Ich war in der Luft. Oh man, ich glaub, ich glaub, das wird ein paar Minuten dauern. Nein. Ich will jetzt mich doch verarschen, Alter. Komm, weg. Weg. Geil. Ja, halt. Nö. Ist das ein Scheiß-Part hier. Warum ist die Webcam aus? Hä? Was soll das denn jetzt? Wann hab ich denn die Webcam ausgemacht? Lol. Sorry. Hoppala. Setz mich vor allem mal wieder weiter mittig hin. Hey, ich seh's schon wieder so. So, jetzt aber. Focus. Nö. Er hält sich aber auch nicht fest. Er hält sich aber auch nicht fest. Irgendwas übersehe ich doch, oder? Der hält sich einfach nicht an diesem verfluchten Seil fest. Hä? Wo soll ich denn sonst hin? Oh, fuck it. Oh, nein. Okay, warte. Warte. Loll. Warte. Danke, danke. Danke, danke. Ne, das passt aber. Ne, das... Hä? Loll. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das ist aber so mies, ne? Ne, das kann auch nicht sein. Kann das... Hä? Close, not close. Willst du mir verarschen? Ja, leck mich doch an. Warte. Ja, warte. Was willst du von mir? Ganz ehrlich? Nö, toll. Muss ich jetzt darüber oder nicht? Ganz ehrlich. Willst du mich verarschen, Alter. Fick dich doch. Fick dich doch einfach. Hated dieses Game so sehr manchmal. Warte, in der Mitte. Oh, stimmt. Deswegen hat der auch manchmal über... Ja. Toll. Es ist spät, Leute. Fick dich doch, Ruh. Entschuldigung. Wenn ich nicht schreien kann, muss ich fliehen. Toll. Kommод, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Danke. Stopp. Nicht im Ernst, oder? Ich komme schon wenigstens, das hättest du mir ersparen können. Alter, ey. Warum? 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 10-0. Yay. Oh, Loll. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So. Ruhe. Ruhe, 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 Ruhe. Und jetzt springen. Und jetzt springen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Warte, warte, ich hab's da, ich hab's da. Warte, warte, ich hab's da. Okay, das geht von automatisch wieder an. Und aus. Okay, warte, 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 warte. Oh, scheiße. Scheiße! So, lass den bitteschön. Ah, logisch, warte. Okay, bisschen später. Okay, läuft gut, läuft gut. Das ist gut. Okay. Das wird gerade echt interessant. Scheiße. Mann. Okay. Close. Okay, noch ein Tag früher. Yes, 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 yes Ich bin zu spät gerückt. Hä? Ah. Okay, warte mal. Warte mal. Ich hab's gleich. Warte. Ach, ein Taken zu früh. Nein, Junge. Was machst du denn? LOL. Falsche Taste. Anders geplant aber. Toll, ist das wieder genauso Ende wie bei Inside? Wir liegen jetzt im Licht. Genau. Wir liegen wieder im Lichtstrahl. Schlummern schön. Ende. Das waren jetzt genau 17 Minuten. Bisschen zu kurz. Meiner Meinung nach. Aber okay. Das war Limbo. Verehrte Damen und Herren. Wie fandest du das Ende von Inside? Finde es heraus. Auf YouTube. Und das ist jetzt wieder der Anfang. Ab morgen. Ab morgen, ja. Also nicht das heute, sondern morgen. Ich muss bedenken. Wir haben schon Mittwoch. Nee. Mittwoch. Haben wir. Warte. Nein, warte. Das ist doch noch gar nicht der Anfang. Das ist... Das... Das Mädchen. Das Mädchen. Und Ende. Ja. Toll. Knappes Stündchen. Knappes Stündchen haben wir jetzt. Noch ein, zwei Folgen ausgefallen sind. Während Inside noch nebenbei lief. Ähm... Trotzdem haben wir es durch. Und an sich, auch wenn die Spiele knallhart sind, finde ich sie trotzdem immer noch sehr erheiternd. Vor allem im Nachhinein dann auch immer. Im Schnitt, äh... Im Schnitt lache ich mich teilweise dann auch immer über mich selber kaputt. Ähm... Gerne mehr. Von diesem Entwickler. Also solche Spiele, sehr gerne mehr. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Wie geht's euch? Schreibt es in die Kommentare. Ähm... Und ansonsten sehen wir uns bei einem anderen Let's Play. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.